Hi Leute, heute ein ganz besonderes Video von mir und zwar, ihr seht es schon, ich habe mir aus dem Internet mal so einen Miniaturgreifer bestellt, der ist batteriebetrieben, also ganz wie auf dem Jahrmarkt, nur halt in etwas kleinerer Form. Ja, Böller habe ich hier reingefüllt und auch ein paar Kreisel und kleinere Fontänen. Die Erdmüsse, die ihr seht, ist einfach nur dafür da als Füllmaterial, dass der Greifer die Teile besser packen kann. Spielgeld gibt es auch dazu, die füllt man dann hier in diesen Schlitz und dann kann es auch schon losgehen. Spannende Musik 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 Spannungsgeladene 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt zünden wir die Black Cobra. So, jetzt zünden wir die Black Cobra. So, jetzt zünden wir die Black Cobra. So, jetzt zünden wir den 1960er Böller von Fire Event. So, jetzt zünden wir die Black Cobra. So, jetzt zünden wir die Black Cobra. So, jetzt zünden wir die Black Cobra.